Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, worauf man bei einem Web-Server achten muss. Also los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute gibt es mal kein Tutorial, sondern heute beschäftigen wir uns mit einer Frage, die in Discord immer wieder Gesprächsthema ist. Und zwar, was ist eigentlich ein guter Web-Server? Was brauche ich, wenn ich WordPress hosten möchte? Was brauche ich, wenn ich irgendwie eine Datenbank für meine App irgendwie hosten will? Oder diese Punkte. Also worauf muss ich achten, wenn ich einen Web-Server hole? Oder ist dieses Angebot gut? Ist dieses Angebot schlecht? Das werden wir uns heute angucken. Allerdings vorneweg ein kleiner Disclaimer. Und zwar werden wir uns keinerlei wirkliche Angebote ansehen. Das heißt, ich werde nicht sagen, das Angebot von 1&1 ist Müll und das Angebot von Hostex Y ist gut. Das werden wir heute nicht ansprechen, sondern wir gehen wirklich einfach da durch, was für Server-Varianten gibt es. Also was für Kategorien sozusagen. Und worauf muss ich achten? Wo unterscheiden sich Hoster? Und worauf sollte man wirklich achten, dass das mit in seinem Paket drin ist? Und damit legen wir jetzt direkt los. Also viel Spaß! So, das Erste, was wir uns angucken, sind die fünf Typen der Web-Server. Und zwar grundsätzlich gibt es, wie gesagt, fünf Typen. Das Erste ist Baukastensysteme. Ich nenne jetzt mal keine Namen. Ihr wisst alle, von welchen ich rede. Sie sind dezent nervig mit der Werbung manchmal. Dann Nummer zwei, das sind einfache bzw. auch komplexe Web-Server, aber es sind die klassischen Web-Server sozusagen. Dann Nummer drei, das sind Cloud-Server oder auch V-Server genannt. Das sind virtuelle Server, also keine wirkliche Maschine. Dann gibt es die Dedicated-Server. Das sind wirklich, irgendwo steht ein Rechner, der nur euch gehört. Wo niemand anderes was dran machen kann. Ihr seid für alles verantwortlich. Der steht halt irgendwo anders. Und Nummer fünf sind Lösungen, die ein bisschen unkonventionell sind, wie beispielsweise Firebase oder andere Hoster, die Schnittstellen, Backend-Lösungen bereitstellen für vor allem Apps und so etwas. Was heißt, diese fünf Arten von Server kann man eigentlich mieten? Wie gesagt, das ist jetzt ganz oberflächlich betrachtet. Es gibt von jeder dieser Klasse diverse Unterkategorien und die werden anders benannt. Aber grundsätzlich sind das diese fünf, die wir uns heute ansehen werden. Und als erstes müssen wir jetzt mal gucken, für wen ist welches System eigentlich gut? Ja, wie gesagt, jetzt geht es darum, für welches dieser fünf Systeme kann ich mich eigentlich, ja, was kann ich damit eigentlich machen? Welcher Web-Server ist für mich der richtige? Wenn ihr jemand seid, der einfach nur ganz schnell ans Ziel kommen wollt, also ihr wollt möglichst schnell eine Webseite online stellen, aber ihr habt kein größeres Interesse daran zu verstehen, wie funktioniert das eigentlich? Dann sind Baukasten für euch richtig. Die sind meistens sehr, sehr günstig, sehr einfach aufzusetzen mit Drag & Drop. Ihr könnt daran wenig verändern, aber wer wirklich nur schnell eine Seite für sein Restaurant publishen will, der ist damit richtig. Also der muss sich nicht damit auseinandersetzen. Für die meisten von euch wird die zweite Lösung, also die wirklich klassischen Web-Server, die richtige Wahl sein. Das sind Managed Server, was heißt, der Hoster übernimmt für euch so etwas wie Backups, so etwas wie Updates, so etwas wie Probleme, wenn es ja Hosting-Probleme gibt. Irgendwo tauchen Plugin-Lösungen auf, die nicht richtig funktionieren, irgendwelche Error-Codes oder sonst was. Das wird alles vom Hoster übernommen und ihr habt eigentlich nur euren Webspace, E-Mail-Adressen, Oberfläche, wo ihr das managen könnt und im Regelfall irgendwie eine Datenbanklösung in unterschiedlichen Formen. Manche benutzen SQL, manche andere Dienste, aber in irgendeiner Form eine Datenbank. Wie schon gesagt, die staffeln sich dann in ganz viele verschiedene Größen. Die beginnen meistens bei 1-2 Euro im Monat mit einer Domain und gehen dann auch hoch bis 70 Euro, wenn man irgendwie 50 Domains dazu bucht und 3 Terabyte Festplattenspeicher braucht und so weiter. Wie gesagt, da muss man dann gucken. Aber das ist die Lösung für jeden, der einfach Bock hat, eine Webseite hochzustellen, der einfach nur ein bisschen damit rumspielen möchte und der vielleicht einfach ein begrenztes Verlangen hat, noch tief in die Materie einzutauchen. Die dritte Klasse, von der ich vorhin sprach, das sind die sogenannten V-Server, Cloud-Server oder so etwas. Und das sind komplette Linux-Instanzen im Normalfall. Es gibt auch Windows-Cloud-Server. Allerdings ist Linux da schon so ein bisschen der Platz hier sozusagen. Also das ist schon fast überall vertreten. Und Linux-Server bietet euch den Vorteil, ihr habt die Macht über alles. Ihr könnt in einem V-Server, in einem Cloud-Server alles manipulieren. Ihr könnt sagen, wie will ich, mit welchem Web-Hosting-Dienst möchte ich meinen Web-Poster starten. Ich kann selbst entscheiden, wie ich E-Mails hosten möchte. Ich kann selbst entscheiden, welche Sachen ich unterstütze. Also ob ich beispielsweise die neue PHP-Version unterstütze oder nicht. Was heißt, ihr habt einfach eine Linux-Partition, die ihr nach Belieben customizen könnt. So etwas ist nur für jemanden interessant, der entweder Bock hat, sich mit Linux-Administration intensiv auseinanderzusetzen. Weil so ein kleines Hosting aufzusetzen ist kein Problem. Das kriegt jeder innerhalb von ein paar Minuten hin. Problematisch wird es in dem Moment, wenn Fehler auftauchen und man stundenlang durch Linux-Foren suchen muss, um diese Fehler zu heben. Deswegen muss man da einfach das Interesse daran haben, sich mit Linux auseinanderzusetzen. Nummer 4 ist eine Lösung, die ich persönlich kaum jemand empfehlen würde. Ein Dedicated-Server würde sich lohnen, wenn ihr groß im Reseller-Business seid. Was heißt, wenn ihr eine Agentur habt oder Freelancer seid und im Monat vier neue Webseiten aufsetzt und die selbst hostet. Also wenn ihr selbst weiter hostet. Weil anders als bei Cloud-Servern habt ihr bei einem Dedicated-Server im Prinzip einen Rechner, der nur euch gehört. Ihr teilt die mit niemandem. Die Ressourcen gehören nur euch. Und die kosten im Normalfall ein Heidengeld. Also die beginnen meistens irgendwo bei 40, 50 Euro im Monat und sind dann Open-End. Also man kriegt bei Anbietern teilweise auch Dedicated-Server, die enorme Rechenleistung besitzen für Tausende und Abertausende von Euro im Monat. Solche Server lohnen sich eigentlich nur für unfassbar komplexe Systeme und sind für die meisten Zuschauer dieses Channels wahrscheinlich komplett irrelevant. Deswegen gehe ich darauf nicht weiter ein. So die letzte Lösung, das sind die Datenbank-Server sozusagen. So etwas wie Googles Firebase zum Beispiel, wo ihr einfach eine komplette Backend-Lösung euch anmietet für Geld bzw. für eine monatliche Rente oder am Anfang halt kostenlos. Und das lohnt sich vor allem für jeden von euch, der einfach Apps bauen möchte. Wenn ihr zum Beispiel eine Electron-App für den Desktop bauen wollt oder eine iOS-App mit Ionic bzw. eine Web-App mit Ionic und so etwas, dann lohnen sich solche Datenbank-Lösungen wie Firebase. Die kosten am Anfang meistens nichts und werden dann je nachdem, wie viel Traffic man hat, wie viele Nutzer man hat, werden die dann gestaffelt und fangen dann an, Geld zu kosten später. Das ist für jeden interessant, der wirklich ein komplettes, große, communitymäßige App aufbauen möchte, weil das einfach wunderbar skaliert. Was heißt, das wird meistens, wie gesagt, anhand von Traffic skaliert, diese Dienste und passen sich sehr gut eure App an. Was heißt, wenn ihr beispielsweise wirklich ein App baut, schaut lieber darauf und nehmt keinen Web-Hoster in dem Sinne, um eine Datenbank für eine App zu hosten. Das geht natürlich, aber solche Dienste wie Firebase oder auch vergleichbare andere Dienste sind sehr, sehr gut. So, der nächste Punkt ist prinzipiell einfach der Punkt, wie viel Leistung euer Web-Server braucht. Und das ist ein sehr schwammiger Grund, kann man so sagen, weil das könnt ihr nur beantworten. Ich kann euch nicht sagen, wie viel Leistung euer Web-Server braucht, weil ich eure Leistungen bzw. eure Leistungsanforderungen gar nicht kenne. Grundsätzlich kann man es aber so formulieren, es gibt drei unterschiedliche Größen, die darauf Einfluss haben. Nummer eins sind es SSDs oder HDDs. Wenn es HDDs sind, ignoriert den Web-Server. Aber ihr braucht SSDs. Alles andere ist quasi sinnlos aktuell und ich würde keinen Hoster nehmen, der einen HDD-Web-basierten Dienst anbietet. Ist einfach veraltet, sollte man nicht mehr machen. Nummer zwei, wie viel RAM-Speicher ihr braucht und Nummer drei, wie viel CPU-Kern ihr braucht. Und diese beiden Werte könnt ihr nur selbst beantworten, dabei kann ich euch nicht helfen. Allerdings kann ich sowas sagen wie, ihr solltet niemals den größten Dienst kaufen auf einem Web-Server bzw. bei einem Hoster. Die meisten können nämlich innerhalb beispielsweise eines einzigen Angebotes, also beispielsweise einem normalen Web-Server, upgraden. Das heißt, nehmt die kleinste Version, die ihr habt und zum Beispiel mit zwei Kernen und einem Gigabyte RAM und falls ihr merkt, das ist zu wenig, dann könnt ihr immer noch upgraden. Allerdings ist es problematisch, wenn man direkt die größte nimmt und dann downgraden möchte, weil das geht meistens nicht so leicht. Hängt natürlich auch ein bisschen vom Hoster ab, aber upgraden geht normalerweise immer, weil ihr da mehr Geld bezahlt, haben die Hoster in 90% der Fälle ganz sicher nichts dagegen. Deswegen nehmt die kleinste Version und arbeitet euch hoch, falls die Performance nicht schnell genug ist. Dieser Punkt ist ein sehr wichtiger Punkt und der wird vor allem am Anfang oft sehr ignoriert. Und zwar, das ist der Punkt des Supports. Was heißt, wenn ihr wirklich einfach nur ausprobieren wollt, ihr habt nur Bock ein bisschen am Wochenende daran rumzuspielen oder nach der Schule oder sonst was, dann ist dieser Punkt für euch komplett irrelevant, weil ihr werdet nicht viel Support brauchen. In dem Moment, wo ihr kommerziell arbeitet, was heißt, wenn ihr Webseiten für Kunden macht und beispielsweise nachts um eins die Seite umzieht, weil tagsüber die nicht offline sein darf, dann wird es interessant, ob die ein 24-7 Support haben. Weil ich habe schon oft um ein Uhr nachts, um zwei Uhr nachts mit den Leuten von den Webhostern telefoniert, weil irgendwas nicht funktioniert hat, irgendwelche Einstellungen am Server waren falsch, was die nur von ihrer Seite machen können oder so etwas. Und deswegen braucht ihr einen guten Support. Was heißt, achtet darauf, dass so etwas da steht wie 24-7 Live-Support. Das ist ganz wichtig. Entweder mit einem Chat oder mit Telefon. Was heißt, E-Mail-Support kann man einfach in die Tonne treten. Es dauert zu lange, vor allem, wenn ihr, wie gesagt, einfach nachts eine Webseite umziehen wollt auf einen anderen Dienst oder eine Wartung durchführt und dann irgendwas nicht funktioniert. Ihr müsst das fertig kriegen diese Nacht. Wenn der Kunde morgens online kommt, dann will der nicht sehen, dass die Seite mit einem 501 nicht erreichbar ist. Das wäre einfach nicht gut. Und deswegen achtet darauf, dass eure Webhoster definitiv einen 24-7 Live-Support besitzt in irgendeiner Form, die direkt Kommunikation zulässt. Der nächste Punkt, der auch noch hiermit zuhört zu diesem Support-Thema, ist, werden regelmäßig Updates durchgeführt. Was heißt, achtet einfach mal darauf, sind die neuesten PHP-Versionen vorhanden, sind die neuesten SQL-Versionen vorhanden, wird Sicherheitspunkte großgeschrieben. Was heißt, führt der Hoster regelmäßig DOS-Tests durch beispielsweise oder überwacht der die Mail-Aktivität nach dem Motto, hey, von einer Mail-Adresse von deinem Server werden irgendwie 100.000 E-Mails pro Sekunde rausgeschickt, die ein bisschen nach Spam aussehen. Wir haben den mal deaktiviert. So etwas ist sehr, sehr wichtig und darauf solltet ihr unbedingt achten, wenn ihr einen Hoster sucht, dass der ein Superb bietet und möglichst auch ein bisschen Sicherheitsbezug in diesem Support mit drin ist. Der nächste Punkt, das sind Zusatzleistungen. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, weil hier und da können Web-Server sehr praktisch sein. Und zwar einmal, was mittlerweile eigentlich Pflicht sein sollte, ist ein SSL-Zertifikat. Was heißt, das sollte gratis mit drin sein, in irgendeiner Form, dass sie das machen können. Weil jede Webseite von euch braucht einfach ein SSL-Zertifikat. Das ist einfach dafür, dass man dieses HTTPS nutzen kann. Und das braucht ihr und das muss gratis drin sein. Wenn das nicht gratis drin ist, ignoriert den Hoster. Weil ich würde behaupten, 90% von allen Hostern bieten es mittlerweile gratis an. Und deswegen sollte man das einfach drin haben in seinem Angebot und sonst einfach mal nachfragen, ob man das nicht reinbekommen kann, wenn ihr noch ein älteres Angebot habt. Außerdem ist es wichtig, dass vielleicht eine Domain inklusive ist. Was heißt, es gibt ganz häufig so etwas wie eine Domain, zwei Domains, meistens sind es .de-Domains, die inklusive sind. So etwas ist praktisch. Ihr müsst immer daran denken, wenn ihr zusätzliche Domains kauft, ist das Geld, was im Monat rausgeht. Und häufig ist es so, dass eine Domain, wenn ihr die in dem Starterpack-Kit von den Hostern kauft für 2 Euro im Monat oder 3 Euro im Monat, dann ist die Domain fast gratis. Weil die Leistungen für den Server, den ihr anmietet und die Domain sind so, dass sie sich fast aufheben. Deswegen achtet darauf, wie viele Domains ihr inklusive habt. Und falls ihr mehr braucht, nehmt vielleicht oder rechnet einfach mal durch, was es kosten würde, wenn ihr eine nächsthöhere Web-Server-Stufe nehmt, wo dann vielleicht drei Domains schon inklusive sind. Häufig sind solche Angebote einfach günstiger, als wenn ihr das kleinste Paket nehmt und dann zwei Domains mit hinzubucht. Da muss man einfach drauf achten. Und die anderen Zusatzleistungen, die es noch gibt, sind zum Beispiel, gibt es Git-Konnektivität. Was heißt, könnt ihr mit eurem Web-Server direkt ein Git-Repository ansprechen, dass zum Beispiel der Web-Server sich automatisch das Git-Repository auf den Server legt. Das unterstützen einige Hostel und ist ein sehr praktisches Zusatzfeature, finde ich. Das gleiche gilt auch für SSH. Was heißt, könnt ihr mit der Konsole direkt auf eurem Server irgendwas machen. Zum Beispiel könnt ihr mit der Konsole vielleicht direkt auf ein Git zugreifen. Wenn ihr SSH habt, könnt ihr normalerweise direkt alles Mögliche mit SSH machen, also einfach einen Konsolenbefehl ausführen, wie zum Beispiel, clon mir ein Git-Repository auf meinen Server. Sehr praktisches Feature, haben nicht alle, ist aber eine praktische Zusatzleistung, wenn es vorhanden ist. So, das war es grundsätzlich an den Kriterien, die es gibt. Was heißt, es gibt unterschiedliche Angebote für verschiedene Szenarien sozusagen. Persönlich würde ich einen Web-Server immer danach aussuchen, was habt ihr vor. Was heißt, seid ihr einfach nur jemand, der schnell eine Webseite online stellen wollt, dann nehmt einfach einen Baukasten, wenn ihr euch null für Webdesign interessiert. Wobei ich mich dann frage, warum ihr dieses Video geguckt habt. Dann Nummer zwei ist, wenn ihr Interesse daran habt, selbst zu lernen und euch in Zukunft vielleicht vergrößern wollt. Zum Beispiel, ihr wollt einen WordPress-Blog aufsetzen und ihr soll in Zukunft größer werden. Dann ist so etwas wie so ein klassischer Web-Server für euch die beste Lösung in der kleinsten Version, die ihr finden könnt. Ihr könnt dann immer noch upgraden zu größeren Leistungspaketen sozusagen. Und für jeden von euch, der als Freiberufler unterwegs ist, der vielleicht in der Agentur arbeitet oder so etwas, schaut da einfach mal nach, ob ihr euch einen Dedicated-Server oder einen Cloud-Server holt. Einfach, weil ihr damit auch die Reseller-Funktion nutzen könnt. Das heißt, ihr könnt selbst Web-Server für eure Kunden verkaufen und monatlich abrechnen. Ist ein sehr praktisches Feature, vor allem wenn man laufende Kosten hat, kann man damit ein bisschen Geld verdienen. Grundsätzlich ist das aber auch, wie gesagt, mit viel Arbeit verbunden, die man einfach bereit sein muss zu leisten. Wenn nicht, nimmt einen klassischen Web-Server und grundsätzlich würde ich gerne von euch wissen. Was haltet ihr von Web-Servern? Habt ihr irgendwelche Erfahrungen gemacht, auf das man unbedingt achten sollte? Wenn ja, schreibt das doch mal unten in die Videokommentare oder schreibt das auf Discord in die Community, weil da haben wir einen eigenen Chat, wo es nur darum geht mit Servern. Und grundsätzlich finde ich es sehr interessant, von verschiedenen Leuten verschiedene Meinungen über auch verschiedene Hoster zu hören, welche Erfahrungen gemacht wurden. Weil es gibt nichts Besseres als eine Live-Review von jemandem, der zwei Jahre schon einen Dienst nutzt. Weil das ist wirklich praktisch und deswegen bin ich sehr neugierig. Deswegen schreibt das in die Kommentare und fangt an zu diskutieren, welcher Server der Beste ist. Grundsätzlich, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis zum nächsten Mal.